ein herzliches willkommen zu battlefield 4 ja wir spielen heute mal wieder battlefield 4 ich hab bock drauf das geht also nicht vier spiele ohne mit runde kann ich euch ja ich kann ja auch mal die fahrzeuge zeigen bei vier spielern ist das ja noch mal in ordnung ich wollte eigentlich rambo 6 aufnehmen aber es ging nicht ja hallo nein spaß beiseite und ich hab den eben auch noch mal battlefield gezockt hab was ausprobiert ging leider nicht weil er versetzt das immer also ich ging 15 minuten auf und dann schiebt er das immer ein bisschen weiter so dass ich den zum beispiel den anfang nicht mehr habe und ich dachte mir ich zeige euch mal ein bisschen die fahrzeuge heute fangen wir mal an ja also das flugzeug natürlich gibt es mehrere varianten davon um 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 mit dem flugzeug hast du eine ist das laut mit dem flugzeug hast du eine weitere map sage ich jetzt mal also du kannst mehr rumfliegen weiter weil wenn du wirklich nur so klein könntest das wäre so assi aber jetzt zeige ich euch mal noch es gibt noch mehrere fahrzeuge dadurch dass wir so wenig sind kann ich jedes fahrzeug zeigen das ist schon mal sehr gut hier zum beispiel den tp zum beispiel dem schrauben also mit denen wenn du jetzt zum beispiel so und und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Alpha übernommen Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, jetzt zeige ich euch mal noch mehr Genau, zeige ich euch mal den hier Okay, geht nicht Weil er da schon drin sitzt Dann nehmen wir mal den Jeep Ach, der Jeep Greift jetzt das Einsatzziel an Nee, der nicht Also der Jeep ist Naja Konzentriert euch darauf, dieses Einsatzziel zu verteidigen Das ist unser aktuelles Einsatzziel Einsatzziel Bravo wurde erobert Ha, ja Also eigentlich ist Das ist gar nicht so schlecht, weil er guckt Also es verfolgt die Fahrzeuge, sag ich jetzt mal Die Flugobjekte und schieß mich tot Ist ja auch eine Flugabwehr Voll ausgestattet habe ich sie schon Na ja Es ist zu weit weg Es ist einfach, es ist einfach zu weit weg Ich kenne mich damit auch nicht so doll aus Also ich glaube Der muss im Dings da drin sein Ja Aber das war jetzt noch ein kleines Infovideo Ja, okay Das war's für heute Ich muss mich vorbereiten auf BO3 Ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag Wir sehen uns beim nächsten Mal Das sind eigentlich die hauptsächlichen Fahrzeuge Die man eigentlich so hat Jetzt könnte ich euch noch den Panzer zeigen Aber Der ist nicht so doll Dass man jetzt wirklich sagen kann Ja, okay Also es gibt Situationen Da sagst du dir Okay, ich nehme mir jetzt einen Panzer Wenn ihr zu zweit seid Ein gutes Team seid Den würde ich dem Panzer empfehlen Oder den Helikopter Weil der müsste ein richtig gutes Team sein Das war's für heute Den ist mir der Und ich würde vier Das war's für heute Das war's für heute Ich bin Ich bin Geh das ist der panzer das ist also der panzer also hier die normale kanone aus der ansicht wie immer das ist eine art rakete gut bei dichten weit entfernten total kacke also du kannst okay du kannst und dichten alle erkennen aber naja naja ok leute das war's für heute nächstes mal geht es wieder ordentlich weiter mit battlefield ich zeige euch ein paar fahrzeuge und wir sehen uns beim nächsten mal auf wiedersehen und vergesst nicht gleich kommentar und abonnenten dazu lassen bis dann